Oh, ich bin wieder da, ich bin wieder hier. Willkommen zum Talk, die liebe Andrea von Plot Bunny. Moment, für die Menschen, die es nicht kennen, die Plot Bunny nicht kennen, das ist Plot Bunny. Wir haben ja auch eine kleine Szene dafür, wir können uns das gleich mal anschauen. Wir reden übrigens auch über dieses Spiel, das habe ich auf Kickstarter damals gebackt, habe das auch zu Hause liegen. Es geht halt hier, Plot Bunny ist ein Verlag für Pen & Paper Rollenspiele und Erzählspiele aus Berlin. Also hierher. Genau, und die machen halt auch viel mit Queenis und Co. Können da gleich ein paar Fragen auch stellen, also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die auch gerne raushauen. Wird sie bestimmt alles gut beantworten können. Ist auch eine wundervolle Person, wir haben einmal, glaube ich, Pen & Paper oder zweimal zusammengespielt. War auf jeden Fall sehr lustig. Sollte ich dich einfach mal anrufen, dann können wir direkt mal quatschen und ich kann gucken, ob das mit dem Sound funktioniert. Weil dann können wir das einfach, dann können wir, können wir, ja ruf an. Ich ruf jetzt einfach an, du bist dann auch direkt im Stream zu hören, ne? Ich würde es nur kurz, als Vorwarnung. Hallo? Hallo Internet. Ja, ich glaube, ich muss dich ein bisschen lauter stellen. Sag mal gerne was. Test, Test, hallo, hallo, hallo Internet. Sehr gut. Gut, dann würde ich dich nämlich gleich mal direkt dazu holen, auch in die Szene. Wunder der Technik. Ja, es ist immer, es ist immer wundervoll. Ihr könnt euch schon mal raten, ob ich Hasenohren aufhaben werde oder nicht. Oh, Moment, ich will auch mit raten. Und wenn ihr falsch ratet, dann können wir das auch immer noch schnell ändern. Und einfach alles dann richtig stellen. Jetzt müsstest du gleich zu sehen sein. Ah, guck mal, aber du liegst über mir. Äh, 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 äh. Gar nicht. Jetzt aber. Sehr schön. Guck mal, es funktioniert. Ah, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hi Internet. Hi, Finesi. Gut. Ja. Sehr schön. Es ist sehr weird, weil ich muss jetzt, äh, dich sehen. Also ich muss jetzt deinen Stream anmachen und sehe mich dann zeitverzögert, damit ich dich sehe, wenn wir uns unterhalten. Oh Gott, ich kann auch. Nee, kann ich nicht. Weil es zwei PCs sind. Ich komme immer noch mit dem Sphärdub nicht zurecht, weil das... Ich hätte jetzt die virtuelle Kamera angemacht und hier drauf, aber ich glaube, es geht nicht. Alles fein. Ich komme damit klar. Okay. Ich dachte nur, vielleicht ist es schöner, aber ich glaube, es geht einfach nicht. Hi, ich habe mich gefreut, dass es jetzt funktioniert hat. Es tut mir leid, dass es alles so verschoben werden musste und alles. Alles gut. Alles ein bisschen stressig die letzte Zeit. Nee, schön, dass du da bist. Möchtest du dich einfach direkt mal vorstellen als erstes? Ja. Ja, heute ohne Hasenohren. Ich hätte welche da, wenn es notwendig ist. Aber hi, ich bin Andrea, Andriarik. Sie ist ihr Pronum. Und ich bin Game-Designerin, Grafik-Designerin, Übersetzerin, Lektorin, manchmal Illustratorin und all die anderen 15, 1,5 Jobs, die man hat, wenn man einen Verlag hat. Und ich habe einen Verlag, nämlich den Rollenspiel-Verlag Plot Bunny Games. Und wir machen Rollenspiele. Genau. Ja, sehr cool. Also Erzählspiele, Rollenspiele, sehr häufig Dinge, die einfach zu lernen sind, einfach zu spielen sind. Genau. Der Chat ruft eine Hasenohren. Okay, warte. Finde ich so, als hätte ich keine. Okay. Musst du natürlich gleich mal hier mein Bild anpassen. Wenn Chat das sagt, da kann man auch meistens nichts gegen machen. Die sind da ein bisschen... Ja. Ich habe ja. Ich bin ja ausgestattet. Ich habe jetzt leider keine. Ich bin ja ein alter Hase. So. Okay. Besser? Perfekt. Das ist wundervoll. Oh, ich hätte jetzt auch keine welche. Ich glaube, hier irgendwo um die Ecke sind wir schon überbrechen. Ich muss ein bisschen in meinem Stuhl nach unten gehen, damit die auch alle zu sehen sind. Wichtig. Ja. Aber sehr schön. Genau. Ja, cool. Hallo, Chat. Wenn ihr Fragen habt, auch an den Chat, ihr dürft natürlich auch gerne Fragen stellen. Wenn du auch irgendwas im Chat siehst, wo du denkst, boah, da würde ich gerne darauf antworten, kannst du es natürlich auch jederzeit machen. Also, du kannst das hier einfach nutzen und machen, wie du möchtest. Ja. Das soll hier jetzt nicht irgendwie durchgetaktet und ich weiß nicht, was sein soll. Ich glaube, einfach mal ein cooles Gespräch darüber, über dich und über den Verlag auch. Den hast du mitgegründet, oder? Ich bin der Verlag. Du bist der Verlag, okay. Also, der Verlag ist eigentlich ein Hase, also ich. Und ich habe dann bei Projekten, also zum Beispiel für sowas wie Illustrationen oder manchmal auch Übersetzungen, Lektorat, Korrektorat, solche Geschichten, da hole ich mir dann fähige, kompetente Leute als FreelancerInnen noch dazu. Aber so das ganze alltägliche Verlagsbusiness und die ganzen endgültigen Entscheidungen, die sind all meiner Verantwortung. Das heißt, ich mache dann halt auch sowas wie Buchhaltung und Marketing und Druckaufträge verschicken und Bestellungen verschicken, wenn jemand Spiele kauft und tummel mich in allen möglichen Streams, um anderen Leuten davon zu erzählen, was wir so machen und so weiter. Und ja. Ja, krass. Also, da ist ja massiv viel Arbeit, gehe ich mir stark von aus. Also, das klingt zumindest noch sehr viel. Ja, das ist mein Job, genau. Okay. Und du kommst, also du hattest ja auch, also was wir ja auch oft gespielt haben, so im Stream ist ja Vivala, ne, also Vivala, ne, das andere mit den Kaffees. Doch, wir haben Vivala, wir haben nicht Vivala, Charmante Schwertlesbe, haben wir gespielt. Und das hattest du auch übersetzt, oder das kam, glaube ich, auch? Genau. Genau, das ist bei einem anderen Verlag rausgekommen, bei Uhrwerk und das habe ich zusammen mit Friederike Bolt übersetzt und halt auch einfach so ein bisschen Redaktionssachen gemacht, Sensitivity Beding, natürlich beim Übersetzen noch dabei. Und genau, das ist jetzt auch nach langer Zeit erschienen, endlich, und zu haben und zu kaufen und es ist ganz toll geworden. Und ich freue mich tierisch, dass es jetzt auch auf Deutsch da ist. Ja. Und ihr das auch alle spielen könnt. Ich muss sagen, ich bin auch, also ich spiele so Sachen immer lieber auf Deutsch, weil, also, natürlich, ich verstehe Englisch so, das ist kein Problem, aber gerade bei so Pen-and-Paper-Regelwerken ist es, finde ich, immer noch mal ein bisschen leichter, dann das auf Deutsch da zu haben, weil irgendwie viele Sachen, irgendwie auch Wörter sind, die normalerweise nicht so nutzt, habe ich das Gefühl. Ja. Ja. Ich habe das auch, also ich spreche wirklich sehr, sehr, sehr gut Englisch und konsumiere auch ganz viele Medien einfach immer nur auf Englisch, aber wenn ich halt auf Deutsch spiele, dann finde ich es auch einfach leichter, wenn der Text dann auf Deutsch ist, weil ich dann nicht dieses ständige nebenbei noch übersetzen muss, was einfach nochmal zusätzlich eine kognitive Aufgabe ist, die man halt auch noch machen muss, neben all den anderen Sachen, die man halt beim Rollenspiel auch macht. Und dann finde ich es halt auch einfacher, wenn es sozusagen dann schon stimmig übersetzt ist und sich jemand in Ruhe Gedanken gemacht hat, was die besten Begriffe sind, was die Anspielungen sind, wie man die am besten überträgt ins Deutsche und so weiter. Und das ist ja auch der Job von Übersetzenden, dass wir das einfach für euch recherchieren und für euch übertragen, damit ihr euch die Arbeit nicht machen müsst. Das ist sehr gut, ja. Ja, also du hast dann irgendwann Plot Bunny gegründet, so. Ja, das ist noch nicht so lange her, ne? Nee, das ist fast genau zwei Jahre her und ich habe dieses Jahr total vergessen, Geburtstag zu feiern. Und war der denn? Das müssen wir nochmal irgendwann nachholen, am 1. August. Oh. Also wir sind jetzt quasi zwei Jahre und zwei Wochen alt. Und ich sage immer wir, weil ich, also ich habe das irgendwie mal so angewöhnt, dass der Verlag immer wir ist und ich als Person ist ich. Und ja, manchmal vermischt sich das, aber das ist so ein bisschen so meine Trennung im Kopf. Ja, verstehe ich. Weil natürlich, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich bin der Verlag und ich habe die Verantwortung, aber die Arbeit wird nicht nur von mir gemacht, sondern da werden halt auch andere Leute eben reingeholt für Projekte, die dann eben cool und kompetent mich unterstützen. Zum Beispiel Jasmin, die auch im Chat ist. Hi, Jasmin. Genau. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Ja, dann auf jeden Fall alles Gute und auch nachträglich, ne, natürlich. Ja. Können ja heute vielleicht ein bisschen feiern, auch übrigens mit Ausrufezeichen Plot Bunny Games, kommt ihr natürlich auch auf die Seite. Genau. Genau, und könnt ihr natürlich auch ein, zwei Games kaufen, weil das sind ja schon ein paar. Ja. Wir haben heute Morgen auch schon mal ein bisschen auf der Seite rumgeguckt. Du hast ja auch so eine bestimmte Philosophie, sage ich mal, mit Plot Bunny. Was war denn, was war denn deine, also ich sag mal so Beweggründe da, so einen eigenen Verlag aufzumachen? In welche Richtung geht der denn so? Ja, also die Beweggründe waren eigentlich, dass ich halt so vom Gamedesign und Solo-Publishing auf, also mit digitalen Veröffentlichungen dann irgendwann dachte, ah, es gibt aber noch so viele andere coole Spiele, die man doch auch nochmal übersetzen könnte. Und wo aber einfach gar nicht genug Verlage existieren, um das alles zu machen oder wo die Verlage vielleicht auch kein Interesse haben, diese speziellen Spiele jetzt zu machen. Und dann habe ich angefangen, mal so zu überlegen, was braucht es denn, um so einen Verlag zu gründen und habe fest damit gerechnet, dass irgendwann so eine Sache kommt, wo ich sage, ja, nee, lass mal, voll der Dealbreaker will ich nicht. Und das kam halt nicht und dann habe ich halt diesen Verlag gegründet und seitdem läuft es gut und ich bin super zufrieden und ich meine, das Gute ist, ich habe natürlich vorher auch schon viele Sachen gemacht als Freelancerin und habe eben, also ich war schon vorher selbstständig und kann halt auch einfach viele Sachen, die ich mir im Laufe des Lebens schon angeeignet habe, die jetzt gut sind für den Verlag. Also das habe ich jetzt nicht alles von Null gelernt. Und was mir halt bei Plot Bunny Games super wichtig ist, ist, dass wir eben marginalisierte Stimmen ins Zentrum stellen und auch marginalisierte Leute ins Zentrum stellen. Das heißt, dass die meisten Spiele, die wir rausbringen und die meisten Leute, mit denen wir arbeiten, halt irgendwie in irgendeiner Form marginalisiert sind. Also ob sie jetzt queer sind oder neurodivergent oder crunchkrank oder behindert. People of Color haben wir jetzt noch nicht so super viele, aber das ist in der deutschen Rollenspielszene eh so ein bisschen schwierig, weil die einfach auch extrem weiß ist. So, also da arbeiten wir noch dran, aber ansonsten, ja, wir bemühen uns da eben einen Schwerpunkt draufzulegen. Das heißt nicht, dass wir das ausschließlich machen, aber es ist schon auch einfach ein Interesse, weil da auch einfach viele coole Spiele entstehen. Und das ist ja die Hauptsache, dass es coole Spiele sind, wo man Bock hat, die zu spielen und ich Bock habe, die zu verkaufen. So, genau, genau. Ja, es ist super cool und super wichtig. Also ich muss auch sagen, ich mache ja auch schon Pen & Paper, seit ich Kind bin, also wirklich Kind, Kind. Und ich meine, das ist, also meiner Erfahrung nach, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Diversität, gerade so in großen Rollenspielen, ist eigentlich nicht so das große Thema, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, also ich spiele ja die großen Rollenspiele gar nicht so viel, sondern eher so die kleineren, nischigeren, erzähllastigeren und habe auch gar noch gar nicht so lange, also du spielst mit Sicherheit länger Rollenspiele als ich. Ja, klar. Und was dabei halt untergeht, ist, dass eben zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal bei Queerness, dass ja queeres Game Design nicht nur die Frage stellt, welche Figuren tauchen auf in unserem Spiel? Dürfen die auch queer sein? So, oder wie können die queer sein? Sondern, dass es eben auch zum Beispiel einfach hinterfragt wird, mit welchen Mechaniken spielen wir eigentlich? Welche Themen stellen wir ins Zentrum? Müssen wir eigentlich immer kämpfen? Oder gibt es vielleicht ganz andere Sachen, die wir erkunden können im Rollenspiel, die noch gar nicht, also die jetzt nicht so von den Klassikern Dungeons & Dragons oder das Schwarze Auge irgendwie abgedeckt sind? Und da gibt es natürlich auch einfach queeres Game Design, was eben da auch noch weitergeht oder auch zum Beispiel eben antikoloniales Game Design, die eben auch sagen, hey, diese ganzen, du gehst in den Dungeon, haust da die Leute kaputt und klaust dir ein Zeug. Das ist im Grunde voll die krass koloniale Geschichte und das wollen wir eigentlich gar nicht erzählen, so. Und warum werden eigentlich, warum sind die Monster immer irgendwie dunkelhäutig oder irgendwie entstellt und damit irgendwie eben, also warum werden Behinderungen benutzt, um Monstrosität darzustellen und so weiter? Und diese ganzen Geschichten kann man sich natürlich im Rollenspiel genauso stellen wie in allen anderen Medien- und Kulturformen auch, wo es ja auch gemacht wird, so. Und da gibt es eben auch einfach durchaus Spiele, die das selber zum Thema machen oder eben einfach andere Leute oder andere Geschichten ins Zentrum stellen. Und genau, das ist eben auch ein Anliegen, was ich bei Plot Money Games gerne unterbringen möchte und eben auch in meinem eigenen Game Design quasi umsetzen will, genau. Ja, voll gut. Also ich muss sagen, ich habe mir jetzt über ein, zwei Punkte, die du jetzt genannt hast, noch keine Gedanken gemacht, aber es ist halt, also du hast so recht. So, das ist halt eine Sache, die man dann, also gerade du, du beschäftigst dich ja sehr, sehr viel da mit der Thematik und ich glaube, Sachen, die halt im Alltag nicht so auffallen, dass das halt so ein Ding ist, wo man einfach mal drüber nachdenken müsste. Hast du so irgendwie ein Beispiel für so queeres Game Design, worauf da so geachtet wird? Also queeres Game Design ist jetzt natürlich auch nicht ein Label, für das es Regeln gibt, wo die queeren Game Designer in der Welt sich zusammengesetzt haben und dann sich eine Satzung gegeben, sondern das machen halt einfach, queere Leute machen Game Design und gehen mit einem queeren Blick an Game Design ran. Und was ich halt zum Beispiel sehe, ist, dass es häufiger Spiele gibt, die ohne Spielleitung auskommen, also die eben entweder die Funktionen der Spielleitung entweder an das Regelwerk übergeben oder reihum abwechselnd oder aufgeteilt eben unter den Spielenden das haben, um eben einfach so diese Hierarchie rauszunehmen zum Beispiel. Oder die eben ja ganz andere Figuren ins Zentrum stellen. Also jetzt muss ich gerade mal überlegen, ich tendiere natürlich immer zu meinen eigenen Spiele als Beispiel zu nehmen, weil die kenne ich am besten. Ja, schau das. Aber zum Beispiel, ich halte das jetzt mal einfach kurz in die Kamera, also Viva la Queer Bar. Das ist ein Erzählspiel um eine queere Bar und das Team, was diese Bar betreibt. Und da ist zum Beispiel einfach vom Game Design gesetzt, ihr seid alle queer. So. Und ihr seid queere Figuren und ihr macht eine queere Community und ihr seid, ihr macht einen queeren Raum und der existiert auch nach dem Spiel noch weiter. Und das ist zum Beispiel eine Geschichte, das baut auf auf einem anderen Erzählspiel, das heißt für die Königin. Und da spielt man auch von einer queeren Game Designerin und Alex Roberts heißt die. Und da spielt man eben sozusagen das Gefolge einer Königin, die auf einer Reise sind. Und am Ende wird sozusagen durch einen überraschenden Zeitpunkt die Königin angegriffen und man muss halt entscheiden, ob man sie verteidigt oder nicht. Nachdem man vorher halt herausgefunden hat, dass die Königin vielleicht gar nicht so eine unkomplizierte Person ist, wo man die vielleicht auch gar nicht immer so cool mit ihrer Macht umgeht. Und was wir jetzt bei Viva La Queer Bar gemacht haben, ist eben zu sagen, wir wollen gar nicht dieses dramatische Ende, wo man dann am Ende die Frage stellt, uh, und wird die Queer Bar weiter existieren? So, weil wir in allen Spieltests auch gemerkt haben, nein, die Leute wollen nicht die Queer Bar riskieren. Die wollen unbedingt, dass die Queer Bar weiter existiert, selbst wenn ihre persönlichen Figuren rausgehen aus dem Team. Und dann haben wir das Ende halt umgeschrieben, dass wir halt gesagt haben, nein, es ist einfach, es braucht dieses Drama gar nicht, weil es ist eigentlich eher ein Slice-of-Life-Spiel, wo wir halt einfach erzählen aus dem Alltag der Queer Bar und was da so vorkommt und was queere Leute so erleben und wie die Umgebung reagiert, wann sie cool ist, wann sie solidarisch ist, wann sie vielleicht irgendwie eher Stress macht und wie wir damit umgehen. Und dann ist eben unsere Schlussfrage eben eher so, was wünscht ihr euch für die Zukunft für die Bar, damit eben auch dieses, um das nochmal zu forcieren, dass es eben weitergeht und die Queer Bar nicht aufhört zu existieren. Genau. Das ist jetzt ein Beispiel. Oder dass, ja, ich meine, also wirklich viel einfach so auf der mechanischen Ebene rum experimentiert wird, um eben zum Beispiel, ein anderes Spiel, was mir einfällt, ist Sleepaway von Jay Dragon. Das ist so ein Sommer-Camp-Horror-Spiel und da sind zum Beispiel für Geschlecht, gibt es jedem, so wählst halt dein Geschlecht als Figur, aber die Optionen sind halt jetzt nicht weiblich, männlich, nicht binär oder so oder Agenda, sondern eben sowas wie Lagerfeuer oder jetzt weiß ich natürlich die anderen Beispiele nicht aus dem Kopf, aber eben so oder Adjektive halt irgendwie sowas wie fließend. Fließend oder, ähm, eckig, weiß ich nicht, also Kopf, das Spiel guckt selber rein und das gibt dir natürlich einen Anlass, darüber nachzudenken, was heißt es eigentlich, weil du kannst natürlich trotzdem sagen, meine Figur ist weiblich und Lagerfeuer, aber wie unterscheidet sich eine weibliche, also eine Figur mit dem Geschlecht weiblich und Lagerfeuer von einer Figur, die weiblich und eckig ist, zum Beispiel, oder Wind. Und so. Und dann fängst du einfach an, darüber nachzudenken, was meinen wir eigentlich und wie erleben wir Geschlecht eigentlich im Alltag? Das sind ja gar nicht irgendwie drei, vier Boxen und da passt alles super rein und alle, die in der gleichen Box sind, sind auch alle super identisch, das ist ja Quatsch. Sondern wir haben ja einfach auch Personen und andere Aspekte in unserem Leben, die einerseits beeinflussen, wie wir unser Geschlecht ausdrücken oder auch ausdrücken können, wie wir gelesen werden und auch, ähm, wie wir, ja, also das eben so diese, diese, in diesem Dialog ist und das eben auch kontextabhängig ist, wie wir wahrgenommen werden. Und das ist eben eine Sache, die dieses Spiel sozusagen, in Anführungsstrichen, ganz nebenbei draufgreift, während es im Grunde eine Geschichte eben über Sommercamp-Horror erzählt, wo eben die, die Camp-Betreuung sozusagen, die, die Kids im Camp vor dem Monster beschützen will. Was halt auch eine queere Geschichte ist. Das ist super spannend, weil ich finde auch gerade so das Konzept eigentlich super wichtig, weil ich glaube, gerade viele, viele Cis-Menschen setzen sich kaum mit dieser Frage aufeinander. Also ich glaube auch, dass die Frage auch vielen Nicht-Cis-Menschen irgendwie helfen kann, das glaube ich auch. Aber es ist halt ein super, also super interessant, einfach mal so drüber nachzudenken, okay, was heißt für mich Geschlecht? Warum ist Geschlecht das für mich, was es ist und woher kommt das? Das ist super, super spannend, finde ich auch ein sehr cooles Konzept. Nee, cool. Und das macht dich halt auch frei, dich irgendwie so zuzuordnen. Da wären wir ja ständig im Alltag zu gezwungen, jedes Mal, wenn du irgendein Formular ausfüllen musst, musst du dich ja irgendwie, also ich muss halt jedes Mal überlegen, weil ich bin halt nicht binär. Und habe aber, mein Personenschanz ist halt weiblich und wird es wahrscheinlich auch bleiben, weil das ist halt, ja, lange Geschichte, komplizierte Gründe. Ich habe auf der Ebene nicht das Bedürfnis, was zu ändern, weil es in meinem Alltag keinen Unterschied machen würde. Weil ich werde ja trotzdem von den allermeisten Leuten als weiblich gewesen. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, wie meine persönliche Nicht-Binarität relevant wird und eine Rolle spielt oder eben wahrgenommen wird. Und jedes Mal, wenn ich ein Formular ausfülle, muss ich halt überlegen, was kreuze ich jetzt an? Kreuze ich jetzt das W an, weil mein Personenstand gefragt ist oder kreuze ich irgendwie nicht binär an, weil meine Identität gefragt ist oder kreuze ich irgendwas anderes an, weil ich vielleicht die Option habe, will ich nicht mitteilen? Und es ist also jedes Mal so ein Stolperstein und das Spiel, also jetzt Deep Away zum Beispiel oder auch andere Spiele, die ähnliche Sachen tun, machen das halt möglich, einfach nochmal ganz anders über Geschlecht nachzudenken und nicht nur über dieses reglementierte, wo müssen wir uns zuordnen, in welche von diesen beiden Boxen dürfen wir rein, auf welche Toilette gehen wir, welches Kästchen ist unseres, sondern eben auch einfach nochmal drüber nachzudenken, welche Art Frau oder welche Art Mann oder welche Art nicht nähere Person oder nicht Agenda-Person, sorry, wollen wir eigentlich sein. Und dann eben auch zu sehen, dass es eben ein riesiges Spektrum gibt, auch wenn du jetzt die Kategorie Frau nimmst. Und das ist ja, also ob ich jetzt irgendwie Olympia-Boxerin bin oder irgendwie, keine Ahnung, jetzt fällt mir kein, oder ich sag mal super klassisch femininer Pornodarstellerin, das ist ja ein Spektrum. Ja, absolut. Und dazwischen sind Millionen, Millionen Möglichkeiten und die sind alle Frau. Und das ist jetzt ja auch nur äußeres Erscheinungsbild und nicht noch irgendwelche anderen Sachen, die auch noch relevant sind im Leben. Und ich meine, muss ich dir nicht erklären, weißt du alles, weißt dein Publikum wahrscheinlich auch, aber ich finde es halt immer nochmal wichtig, das gesagt zu haben. Ja, weil ich das Gefühl habe, die Diskussion in den letzten Jahren ja auch einfach so sehr irgendwie auf dieses reglementierte, kontrollierte, wir müssen entscheiden, wir müssen das messen, wir müssen das zuordnen, wir müssen die Grenze ziehen. Und das ist ja eigentlich gar nicht das, was meiner Meinung nach Geschlecht sein sollte, sondern es sollte ja was sein, was irgendwie cool ist und Spaß macht und was uns unserer Persönlichkeit entspricht. Ja. Und nicht irgendwas, was uns irgendwie einengt oder einschränkt. Ja, das ist auch so der Punkt, also deswegen sage ich immer gerne, es gibt so viele Geschlechtsidentitäten, wie es Menschen gibt. Weil ich denke so auch, wenn es halt diese, also beide Personen weiblich sind, ist die Weiblichkeit von der einen Person irgendwie ganz anders als die von der anderen. Ja. Weil man es halt irgendwie anders auslegt oder an anderen Sachen festmacht und so. Also für mich ist das so, ja, es gibt so viele Unterschiede und es gibt so viele unterschiedliche Menschen und da ist halt Geschlecht auch einfach ein riesiges Spektrum und nicht jede Frau ist gleich Frau und die gleiche Frau, sondern unterschiedlich. Und das finde ich auch super wichtig, finde ich voll schön, dass so Spiele und auch Rollenspiele das so transportieren können, weil das ist ja auch eine Möglichkeit, die Rollenspiele haben oder auch die, die du dann auch mit dem Verlag hast, so was weiterzugehen. Ja, ich habe da auch noch, ich kann auch wieder, ich habe eine super Überleitung, das ist nämlich eigentlich eine sehr gute Überleitung zu Fräulein, Fräulein Bernburgs Pensional für junge Damen. Das ist nämlich auch ein Spiel, das habe ich tatsächlich alleine geschrieben. Das war auch die erste Sache, die wir bei Plot Bunny Games gecrowdfundet haben. Und darf ich da kurz was zu erzählen? Klar, super gern. Das ist nämlich ein Rollenspiel über eine Gruppe junge Damen, also höhere Töchter, also junge Damen aus der Oberschicht, die in den 50er Jahren in einem Mädchenpensionat sind. Also so quasi so zwischen Schule und also so junge Erwachsene, ungefähr das Alter und die halt in diesem Pensionat sozusagen den letzten Schliff kriegen sollen, um danach eben eine Dame der Gesellschaft zu werden, ihrem Mann eine repräsentative Gattin zu sein, den Haushalt zu führen, die Hausangestellten zu führen und so ihre Rolle einzunehmen, die ihnen halt zugestanden und zugeschrieben wird als Frau in den 50ern oder als Oberschichtsfrau in den 50ern. Und das Spiel dreht sich halt so ein bisschen darum, was macht das mit Leuten, wie kann man umgehen mit einem System, was so eine sehr klare Vorstellung hat, wo du hin sollst, speziell jetzt als Frau. Und welche Methoden gibt es, ja, da Freiräume zu finden, Widerstand zu leisten, vielleicht auch zu merken, nee, das passt doch total gut zu mir, ich habe gar kein Problem mit der Norm, weil ich der halt zufällig entspreche. So, und dafür gibt es, hier wählt man sozusagen eine von drei Klicken und das sind die Hausfrauen, die Bücherwürmer und die Trotzköpfe, so, die halt jeweils so unterschiedliche Ziele im Leben haben, unterschiedliche Werte haben und eben dann aufeinandertreffen, also da wird eben dieses, kommt eben raus, sozusagen sind zwar alles junge Damen der Oberschicht, aber die sind halt trotzdem sehr unterschiedlich und da hat man eben auch einfach von Anfang an eben so Konflikte und Drama, weil die natürlich unterschiedlich mit Situationen umgehen und in dem Spiel spielt man im Grunde auch nur diese Hauptfiguren, die eben miteinander sprechen, miteinander kämpfen, sich streiten, vielleicht sich näher kommen, Wahrheit oder Pflicht spielen, eben so Dinge tun, die junge Damen im Internat tun und die sich eben auch verändern dadurch, dass sie einander kennenlernen und dass sie einander, sich miteinander auseinandersetzen und wo es eben durchaus sein kann, dass die Person, die am Anfang eben die konforme Hausfrau gewesen ist, dann am Ende doch irgendwie widerständig wird oder eben umgekehrt, dass der Trotzkopf merkt, boah, das ist total anstrengend, immer diesen Widerstand zu leisten, vielleicht komme ich viel besser klar, wenn ich mir irgendwo einen Schleichweg so irgendwo durch unter dem Radar suche und so weiter und es stellt halt diese Frage und diese Fragen erkundet man eben im Spiel, während man sozusagen das alltägliche Drama im Pensionat unter den jungen Damen spielt. Das ist halt auch eine Möglichkeit, wie ich halt das sozusagen in mein Game Design irgendwie reingebracht habe, wo es eben auch darum geht, was macht das, wenn du einerseits eben super privilegiert bist, weil du eben Oberschicht bist und Geld ist halt kein Thema und Zugang zu Bildung ist insofern ein Thema, dass du halt eine Frau bist und aber eben gleichzeitig super wenig Freiheiten hast, eben aufgrund deines Geschlechts so und dem, was da dranhängt in den 50er Jahren und da ist eben, gibt natürlich auch den historischen Anhang, weil ich bin ja auch so ein Nerd und muss das immer an den Leuten dann auch irgendwie Infos rüberschieben und da gibt es halt dann so ein paar Daten und Fakten, wenn man halt das vertiefen will, dann findet man da auch noch so ein bisschen Eckpunkte, damit man halt weiß, was in den 50er Jahren eigentlich so der Stand der Dinge gewesen ist und dass es eben sowohl sehr viele Einschränkungen gegeben hat, was du als Frau alleine machen konntest, dass es aber eben gleichzeitig auch das Jahrzehnt ist, wo zum Beispiel in den USA eben einfach auch die homosexuelle Emanzipationsbewegung angefangen hat in den 50ern mit den ersten Organisationen und das ist halt auch wichtig, dass es gleichzeitig stattfindet, so der Backlash nach dem Krieg und eben sozusagen diese Entwicklung von Freiräumen, die dann auch einfach zumindest in den USA auch ungebrochen weiter existiert haben. Ich finde das voll schön, dass du halt auch hier so nochmal so, wie Pen & Paper halt auch sein kann, vorstellst. Ich glaube, so viele haben auch das Bild und das ist ja auch meistens so, Pen & Paper ist hauptsächlich so viel Dungeon Crawler, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es hat viel mit Kämpfen zu tun, aber das ist nicht alles. Es gibt auch anderes in dem Universum. Es gibt halt vor allem, also für mich halt, man erzählt gemeinsam eine Geschichte und das kann ja einfach alles sein. Das finde ich irgendwie, willst du einfach sehr, sehr gut da. Und auch mit dem Verlag einfach, wo ich mir sage, ich finde das schön, dass es einfach so dieses vielfältige Angebot gibt. Ja, genau. Also ich finde es auch okay, wenn Leute sagen, wir haben aber Bock irgendwie durch Dungeons zu ziehen und da irgendwie Rätsel zu lösen und looten ist halt irgendwie fun. Ich will jetzt gar nicht sagen, das darf man nicht machen, sondern ihr sollt bitte selber entscheiden, was ihr machen wollt. Aber ich finde es halt schon gut, mal darüber zu reflektieren, wie man das halt framet. Und manchmal kann man ja auch einfach dadurch, dass man so ein bisschen das, ja, wie man das halt einrahmt oder wie man das einbettet, auch einfach so ein bisschen schon was ändern an dieser Wahrnehmung. Also ich habe zum Beispiel neulich mal so ein Dungeon, im Grunde ein Dungeon-Crawl-Spiel gespielt, wo wir dann halt sozusagen unsere Figuren dann halt in eine, keine Ahnung, Grabstätte gelootet haben. Und dann mussten wir halt am Ende der Sitzung würfeln. Und weil das natürlich einfach nicht cool war und dann war das natürlich auch alles verflucht und dann haben wir halt irgendwie auch Probleme gekriegt, die wir halt auch mitgenommen hätten, wenn wir jetzt weitergespielt hätten. Und das fand ich halt auch eine gute Methode, damit umzugehen, halt zu sagen, ja, klar, könnt ihr machen, aber kann halt auch Konsequenzen haben, weil die Welt das vielleicht nicht einfach so hinnimmt, dass ihr da jetzt einfach alles wegnehmt. Und trotzdem ist es ein klassischer Dungeon-Crawl im Grunde gewesen. Und würdest du sagen, man kann mit Pen & Paper und Erzählspielen generell halt einfach viel, ich glaube, weiterbilden, würde ich jetzt einfach mal sagen? Oder sich selbst weiterbilden? Ja, also ich meine, du kannst da natürlich wie bei allen anderen Medien auch einfach anfangen zu reflektieren, was machen wir hier eigentlich, wessen Geschichten erzählen wir? Sind das die Leute, über die wir Geschichten erzählen wollen? Gibt es vielleicht andere Geschichten? Also genauso wie wenn du dich eben fragst, was lese ich für Bücher, was gucke ich für Filme oder für Serien? Was spiele ich für Videospiele? Und was sagt mir dieses Spiel oder dieses Medium über die Welt und welche Regeln gelten da? Und muss das so sein? Also die Antwort kann ja auch ja sein und ja, habe ich Bock drauf. Und das ist ja auch eine Erkenntnis. Aber halt zu wissen, es gibt auch noch andere Sachen und warum die vielleicht auch cool sind oder warum andere Leute da ein Bedürfnis nach haben, denke ich, ist es auf jeden Fall wert. Und ja, also ich meine, ich bin eine, die oft halt sozusagen Zusatzmaterial reintut in ihre Rollenspiele. Also bei Vivella Queer war haben wir zum Beispiel oder habe ich halt einen kleinen Essay geschrieben so zur historischen Rolle von queeren Bars jetzt speziell, also Bars und Kneipen, als Räume, in denen eben auch Widerstand geleistet wird, die eben auch politische Räume sind. Und weil das eben nicht alle wissen. Also erstens wissen es nicht alle Leute, die selber gar nicht queer sind. Und es wissen auch nicht alle jüngeren Queers oder Queers, die halt eben an Orten leben, wo sie nicht diesen Zugang haben zu dieser, also wo es in ihrem Ort vielleicht einfach keine queere Kneipe gibt. Oder die eben aus, keine Ahnung, Behinderungsgründen da gar nicht hingehen können. Und dass eben alle sozusagen Ideen haben, was sie zum Thema machen können, ohne dass sie das selber erlebt haben müssen. Und es gibt eben auch nochmal so Beispiele für, keine Ahnung, 23 so Mini-Mini-Porträts zu queeren Lokalen, also Kneipen, Bars, Cafés aus der Geschichte. Und um da auch eben nochmal zu zeigen. Und diese Vielfalt hat es auch gegeben und gibt es auch immer noch. Und auch wie lange es einfach schon diese Art queere Räume gibt. Das ist eben, die gibt es ja nicht erst seit vorgestern, sondern irgendwie die älteste Bar, die in der Liste steht, die ist halt irgendwie im 19. Jahrhundert gegründet worden. Und die gibt es immer noch. Und das ist halt schon eine Weile her. So ein bisschen, ja, ist jetzt nicht so ein neumodischer Trend, ne? Nee, genau, so dieses Hi. Wir sind schon ein paar Tage da. Ja, aber auch gerade dafür finde ich es wichtig, auch wie du schon sagst. Also wir hatten letztens auch nochmal einen Stream, wo es auch so ein bisschen um die Geschichte ging. Und halt auch immer wieder Stonewall ist ja auch immer wieder ein Thema, ne? Was ja auch dann eine queere Bar war am Ende. Ja, exakt, exakt. Und das ist super wichtig, weil ich glaube auch wirklich, dass viele Menschen, die selbst queer sind, das nicht wissen und auch oft nicht wissen vielleicht, wo das Ganze herkommt. Und gerade für sowas mag ich das auch immer sehr anspielen, gerade wenn da so ein bisschen mehr Hintergrundinformationen drinsteht. Auch um sich da vielleicht manchmal, wenn man selbst nicht in der Lebensrealität ist, sich da ein bisschen reinzufinden und reinfühlen zu können, ne? Ja, ja. Und es ist halt auch einfach ein Angebot, ne? Also du musst jetzt nicht den Geschichtsteil lesen und deine Hausaufgaben machen, damit du das Spiel spielen kannst, sondern das ist halt ein Angebot für die, die Bock drauf haben und die anderen können einfach das Spiel spielen. Weil im Spiel selber steht auch alles Wichtige drin, was du für das Spiel brauchst. Ja. Also das ist eben auch nochmal, es ist einfach eine Möglichkeit, das ist auch eine Art sozusagen, das festzuhalten für die Zukunft. Und es vielleicht auch eben in Räume zu tragen, die sich sonst eher nicht mit queerer Geschichte beschäftigt hätten. und, ähm, aber es ist eben nicht so, dass man jetzt so, du musst das lesen, sonst funktioniert das Spiel nicht. Ja. Das ist mir halt auch wichtig, weil ich halt denke, es sind halt nicht alle Geschichtsnerds und es haben nicht alle Bock da drauf und ich will ja auch niemanden zwingen, es ist einfach, äh, ja, aber gerade bei sowas, könnt ihr haben, wenn ihr wollt, so. Ja. Also es ist halt wichtig so, dass das Angebot da ist. Ich finde das richtig toll. Ähm, ich glaube, das kann natürlich manche an abschrecken, wo ich, also, deswegen ist es gut, dass es ein Angebot ist, ne, die sagen, ja, ich möchte jetzt in der Freizeit mich jetzt nicht nur mit Geschichte auseinandersetzen und so, ne. Das gibt's ja auch immer wieder. Ja, und dass man dann einfach sagt, ja, du kannst das Spiel spielen, äh, wenn du da Bock drauf hast, aber kannst dich halt auch noch ein bisschen weiter reinfuchsen. Ähm, was ich immer sehr gerne mache, wenn ich so Spiele, äh, sehe, wo ich mir denke, so, okay, ich möchte aber jetzt mehr über die Welt erfahren. Ähm, und es ist dann schön, dass halt das Angebot da ist, dass man sagt, ja, okay, ihr könnt euch weiter bilden und ihr könnt euch weiter in die Welt, äh, reinlesen, wenn ihr da Interesse dran habt, ne. Ja. Ja, kann das, kann ja auch einfach alle möglichen, es kann ja auch irgendwie, ich gucke mal schnell ein Begriff irgendwie bei Wikipedia nach sein, bis hin zu, ich kaufe mir drei Bücher, weil es mich total gepackt hat oder jetzt gerade super interessiert, so. Und, äh, das ist ja auch, das ist ja auch eine Bandbreite, wo man da für sich das Richtige finden kann, wie es, wie es halt passt, so. Ja, aber es ist halt wichtig, dass es dann so auch Spiele gibt, die einem das zumindest so ein bisschen näher bringen, ne, dass man irgendwie auch darauf kommen kann, weil ich glaube, ähm, für manche Menschen ist es auch so eine Lebensrealität einfach nicht abgebildet, einfach so weit weg, also das ist jetzt auch nicht wertend gemeint oder so, sondern einfach, ne, es ist einfach... Ups, jetzt ist dein Ton bei mir gerade weg. Hallo? Jetzt wieder. Okay, sehr gut. Jetzt wieder, keine Ahnung. Komisches Internet, Discord wahrscheinlich. Hat ja immer irgendwelche Macken. Kann auch sein, ja, das Audio-Setup hier ist manchmal auch ein bisschen am Schwinden, deswegen kann das alles sein. Ähm, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, aber war bestimmt gut. Ähm, vielleicht auch nicht. Ich habe das nicht gehört, sonst würde ich mich dran erinnern. Ich weiß es nicht mehr, aber, ähm, ne, dann reden wir über was anderes, würde ich einfach mal sagen. Ja. War die Frage auch nicht so wichtig, weil jetzt, hätte jetzt meine Mutter gesagt. Ähm, ne, willst du vielleicht noch ein bisschen mehr über das, also, wie war la queerbar? Wollen wir da noch ein bisschen drüber reden, weil du hast jetzt die ganze Zeit schon so ein bisschen angeschnitten, ähm, weil das ist ja jetzt kein klassisches Pen & Paper, wie wenn man sich so Pen & Paper direkt vorstellt, ne? Also es ist ja schon ein Ticken, ne? Ja. Also zuerst, es ist natürlich einfach nur ganz klein. Es ist ein kleines, äh, Heft im A5-Format und kein 300 Seiten Hardcover A4 äh, Wälzer. Ähm, und in diesem Spiel ist wirklich alles drin, was man zum Spielen braucht, außer, äh, mindestens eine weitere Person und ein, äh, Spielkartendeck, also so ein, äh, Pokerdeck oder Romy oder was immer ihr habt. Ähm, und ein bisschen Zeit und vielleicht einen Zettel, um ein paar Sachen aufzuschreiben. Und, ähm, die Regeln in diesem Spiel sind sozusagen, äh, mit drin und man liest die am Anfang gemeinsam vor. Das heißt, es muss auch niemand irgendwas vorbereiten, sondern du kannst wirklich dieses Heft nehmen, dein Kartendeck nehmen, dich irgendwo hinsetzen und loslegen. Und, ähm, da in, in der Anleitung, äh, ist eben einmal die Erklärung, was muss man, wie spielt man das, dass man eben auch nochmal redet, in welchem Tonfall wollen wir spielen, dass eben, äh, sozusagen das Veto, also, äh, im Grunde das, was die X-Karte ist, äh, als, als Safety-Tool und als Konsens-Tool eingeführt wird, wo man eben sagen kann, hey, wenn irgendwie im Vorfeld, ähm, im Vorfeld sagen hier, ich will was nicht, aber du kannst halt auch während des Spiels, wenn jemand was einbringt, wo du sagt, boah, das verdirbt mir gerade den Spaß, kannst du das halt sagen und dann guckt ihr gemeinsam, ob es geändert wird, entfernt wird, neu erzählt wird, wie auch immer ihr damit umgeht, aber du musst dich halt nicht rechtfertigen dafür, dass du das jetzt nicht hören willst oder erzählen willst und, ähm, das ist einfach fester Bestandteil der Regeln in diesem Spiel und gehört eben auch dazu, wie man, also dass man das Spiel eben lernt, dass alle das wissen, dass alle das mitbekommen haben und dass eben auch alle daran beteiligt gewesen sind, sich sozusagen gegenseitig das Spiel zu erklären, dadurch, dass sie eben diese Abschnitte vorlesen und, äh, dann gibt es eben so eine kurze Einleitungsseite, ähm, wo eben sozusagen, was ist jetzt die Situation, in der das Spiel beginnt und, äh, danach zieht man einfach Spielkarten aus einem Kartendeck oder kann ja so am Tisch oder online, äh, wie immer und dann gibt es so Tabellen, wo man dann nachguckt, welche Karte man gezogen hat und, äh, dann steht dazu dann immer eine Frage. Also zum Beispiel, äh, welche Gruppe bringt immer gute Laune in die Queer Bar? Oder, ähm, was ist der schlechteste Rat, den du von jemandem aus der Queer Bar erhalten hast? Oder, jemand sagt, du gehörst gar nicht richtig zur Queer Bar Community. Warum siehst du das anders? Und wer stimmt dir dabei zu? Mhm. Oder, äh, du warst lange in jemanden aus der Queer Bar unerwidert verliebt, hat sich das geändert? Und so weiter. Also es gibt eben Fragen, äh, über die Bar, über die Veranstaltung der Bar, über das Umfeld der Bar, über, Beziehungen im Team oder, äh, zu den Gästen. Und, ähm, man denkt sich halt einfach, äh, was aus, nachdem man halt in der Vorbereitung kurz vorher festgelegt hat, wo ist unsere Bar? Also ist die jetzt, keine Ahnung, auf einem Raumschiff oder im Fantasy-Mittelalter oder in, in so einer Cyberpunk, äh, Untergrund, Club, irgendwas, ähm, oder, ähm, gehen wir in die reale Geschichte zurück und sagen, lass uns doch eine Queer Bar, keine Ahnung, in den 90ern spielen oder in den 50ern oder in den 20ern, äh, in Berlin oder so, ähm, und steckt halt sich so einen groben Rahmen und dann fängt man einfach an, sich was auszudenken und das ist bei den ersten ein, zwei, drei Fragen, äh, die halt in der Runde gestellt werden, es ist immer noch so ein bisschen so, also so diese Angst vor dem leeren Blatt, aber das Coole ist halt, man kann einfach nichts falsch machen, sondern man kann einfach was, was reinbringen und sich darauf verlassen und darauf vertrauen, dass die anderen am Tisch halt das ergänzen oder weitere Vorschläge machen, ähm, und man das eben einfach gemeinsam ausgestaltet und ich hab's einfach auch noch nie erlebt, dass es nicht funktioniert hat, egal mit wem ich dieses Spiel gespielt habe, es funktioniert einfach mit allen Leuten, die grundsätzlich Bock darauf haben, eben spontan sich was auszudenken. Ja. So. Das ist voll cool. Ja, das ist sehr. Sorry, eine Sache noch. Wenn man jetzt mehr Zeit zum Nachdenken haben will, dann kann man das Ganze natürlich auch irgendwie so als, keine Ahnung, Text-Rollenspiel machen und dann, keine Ahnung, in einem Discord-Kanal spielen oder so, dann hat man das Problem auch noch gelöst, aber es ist halt schon im Grunde einfach als Spiel gedacht, was man eben am Tisch oder in einem Video-Call zusammen spielt. Ja. Das ist voll toll. Wir wollen das ja auch noch machen, ne, online zusammen hier auf dem Kanal. Ja. So ein bisschen nach der Gamescom, das ist jetzt erstmal wieder ein bisschen Gamescom-Stress. Ja. Aber wir wollten das ja auf jeden Fall auch noch in einer Gruppe mal spielen, das wird bestimmt auch ziemlich cool. Du hattest eben noch von so Sicherheitstools geredet, ganz am Anfang, die man ja auch, den man, also ich nicht oft begegnet zumindest in Spielen, sehr, also leider. Ja. Hast du da noch so ein paar Beispiele vielleicht für Sachen oder die du vielleicht aus Spielen generell kennst, jetzt vielleicht nicht nur aus Viola Quieber, sondern oder worauf du vielleicht auch achtest bei diesen Safety-Tools, was da wichtig ist? Ja, ja. Ja, klar. Also ich spiele nie und nicht ohne Safety-Tools und habe die halt auch schon relativ früh kennengelernt, wofür ich super dankbar bin und ich erkläre die auch immer am Anfang von meinen Spielrunden ganz kurz, damit alle wissen, okay, was ist es und was ich halt dann meistens erkläre ist, dass wir mit der offenen Tür spielen. Das bedeutet, wenn du aus irgendeinem Grund die Runde verlassen willst oder musst, kannst du das machen, du musst es nicht erklären, du musst es nicht rechtfertigen, wir sind dir nicht böse, du darfst auch nächstes Mal wiederkommen, aber manchmal gehen einfach andere Sachen vor, weil man, keine Ahnung, die Energie ist alle und man muss sich ums Kind kümmern oder die Katze brennt oder was immer. So, oder man merkt einfach, es ist nicht mein Spiel oder es sind nicht meine Leute. Das kann ja auch, gerade wenn man viel mit, ich sag mal, random Strangers aus dem Internet spielt, dann kann es halt auch einfach passieren, dass es nicht passt und dass die Chemie nicht stimmt und dass niemand was falsch gemacht hat. Und, genau so, und dafür gibt es die offene Tür. Dann gibt es die Lines und Vails oder auf Deutsch Grenzen und Schleier. Das ist was, was man sozusagen im Vorhinein festlegt, wo man sagt, okay, gibt es Themen, die wir einfach überhaupt nicht in unserer Spielwelt haben wollen, die nicht vorkommen, die wir nicht ansprechen, die wir nicht zeigen. Ja, keine Ahnung, ich will jetzt keine Beispiele nennen, weil da denken wir alle dran, aber was immer das ist, wo wir einfach sagen, das gibt es nicht, das existiert nicht, wir, das wird einfach nicht gezeigt. Und das sind die Grenzen, also die Lines, oder man sagt, okay, das existiert vielleicht in der Welt, aber wir wollen da jetzt nicht die Kamera draufhalten und da super ins Detail gehen. Und, aber es ist halt, also ich meine, zum Beispiel, wenn man jetzt in einem realistischen Setting spielt, dann würde ich jetzt zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, Hobo-Bit-Transfeindlichkeit auf die Liste mit den Schleiern setzen, weil ich sage, wir spielen in der realen Welt, da wird das existieren, so, leider, und das wird vielleicht auch unsere Figuren irgendwie beeinflusst haben, aber ich will nicht, dass wir jetzt Szenen spielen, wo wir das zeigen, oder dass wir das detailliert beschreiben, oder dass wir halt so Slurs aussprechen, oder so, und dafür tue ich es hinter einen Schleier, das heißt, das ist das, wo sozusagen im Fernsehen die Kamera dann halt irgendwie abblenden würde, und wir nur sozusagen hinterher weitermachen, oder wissen, das hat jetzt, oder keiner, das wird ja auch mit oft, also in den Filmen wird es ja zum Beispiel oft gemacht, entweder mit Gewalt oder mit Sexualität, dass halt gesagt wird, okay, wir sehen, da fängt was an, und dann gibt es einen Schnitt oder eine Abblende, und dann sehen wir entweder hinterher, also, wenn es vorbei ist, oder wir sehen halt, wie Leute darüber reden, oder so, aber wir sehen nicht das Ereignis selber, und das macht halt sozusagen der Schleier, oder der Vail. Und dann gibt es die X-Karte, das ist, kann eine tatsächliche Karte sein, die man auf den Tisch legt, und dann drauf tippt, das kann man aber eben auch einfach sagen, ich will das Xen, oder man macht so eine X-Geste, wenn man im Videocall ist, oder am Tisch sitzt, so, da gibt es verschiedene Techniken, wie man das ausdrücken kann, aber es bedeutet immer, an dieser Stelle müssen wir das Spiel kurz anhalten, und dann sage ich, ich würde gerne, dass wir das rausnehmen, und benenne halt, was ich gerne rausgenommen haben will, weil es muss ja auch klar sein, dass ich jetzt sage, keine Ahnung, wie können wir, keine Ahnung, die Spinne rausnehmen, so, und dann wird entweder entschieden, können wir das machen, also funktioniert zu können, wir sagen, okay, dann ist es halt irgendwie, keine Ahnung, ein riesiger Marienkäfer, so, oder müssen, ist die, ich bleibe jetzt mal bei der Spinne, sorry, ich bin gleich fertig, ich beschreibe keine Details, oder ist die so fundamental in dieser Geschichte verankert, dass entweder die Person das Spiel verlassen muss, weil es einfach ohne Spinne nicht geht, oder dass wir gemeinsam entscheiden, wir brechen das ab und spielen heute was anderes, und, weil, so, aber meistens ist es eben so, dass man das spontan anpassen kann, dass es irgendwelche Details sind, dass, keine Ahnung, so ein Klassiker ist, irgendwie, irgendeine Nebenfigur heißt, wie die Ex, so, und dadurch ja, oder die Großtante, und du willst ja nicht ständig an deine Ex denken, sondern, vor allen Dingen nicht, wenn es irgendwie unschön oder vor kurzem irgendwie auseinandergegangen ist, und dann sagst du halt irgendwie, kann die Person einfach anders heißen, und dann heißt die Person anders, und dann hat sich das auch erledigt, so, und es ist einfach ein Tool, wo man sozusagen, während des laufenden Spiels signalisieren kann, ich als spielende Person habe hier gerade ein Problem, lass uns das ändern, damit wir weiterspielen können, damit mein Spaß irgendwie, nicht verloren geht, und eben auch klar ist, dass es jetzt nicht meine Figur ist, die protestiert, weil es kann ja durchaus sein, dass ich als Spielerin total Spaß daran habe, dass unsere Figuren sich gerade streiten, und irgendwie, nein, sage, aber eigentlich, ja, meine, so, und deswegen brauchen wir was, womit wir signalisieren können, okay, das ist meine Figur, und das bin ich als Person, weil ich als Person muss ja den Konsens geben, und nicht meine Figur, also die vielleicht auch, aber das ist eine andere Ebene, da, genau, so, und dann gibt es eine Variation davon, die heißt Script Change, das ist so ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie so eine Tastatur auf einem alten Videorekorder oder Kassettenrekorder, oder so, da gibt es halt eine Play-Taste, eine Pause-Taste, eine Stopp-Taste, Vorspulen, Rückspulen, so, und da kannst du dann eben auch sagen, okay, nee, warte, jetzt, was ich gerade eben gesagt habe, finde ich eigentlich total doof, ich spule nochmal zurück und sage das nochmal neu, oder wir machen kurz eine Pause, weil wir müssen irgendwas klären, und dann spielen wir weiter, oder eigentlich ist es jetzt total langweilig, was wir hier gerade machen, lass uns doch vorspulen bis da und dahin, wo es wieder interessant ist, so, wo man eben dann auch so Zeitsprünge, und dann hat man eben so diese, diese quasi Bedienfelder, um eben so ein Bild zu haben, was machen die, und das bedeutet, das heißt irgendwie, das Tool heißt sozusagen Script Change, und ist im Grunde eine Detaillierung von dieser X-Karte, die aber auch während des laufenden Spiels funktioniert. Und dann gibt es noch am Schluss nach der Sitzung zum Beispiel Stars and Wishes oder Roses and Thorns, das sind im Grunde Feedback-Tools, also Roses and Thorns oder Rosen und Dornen sind, da kannst du halt sagen, halt alle eine positive Sache und eine negative Sache aus der Runde, dass man nochmal so ein bisschen so eine Rückmeldung bekommt hat, was ist gut angekommen, was ist vielleicht nicht so gut angekommen, oder es gibt eben die Möglichkeit, die ich meistens benutze, eben Stars and Wishes, Sterne und Wünsche, wo alle am Ende nochmal ein Highlight sagen, das haben wir in Viva La Quaver auch mit reingeschrieben als Tool, und nochmal irgendwas sagen, was sie gut fanden, an der Geschichte, am Umgang der Spiele miteinander, an dem, was die Spielleitung gemacht hat, was immer es gewesen ist, ähm, und eben nochmal sagen, und fürs nächste Mal wünsche ich mir, oder wenn ich das Spiel nochmal spielen würde, würde ich mir wünschen, dass, so, und das hat im Grunde ja auch wieder die Möglichkeit, dass du eben Kritik anbringen kannst, aber dass du die Kritik eben nicht, und das war voll Kacke, nicht sagst, sondern dass du eben die in eine positive Handlungsmöglichkeit formulierst, damit eben Leute auch sagen, ja, okay, also ich würde gerne, also dass du nicht sagst, ich fand es total scheiße, dass ich diese Sitzung total überhaupt keinen Spotlight hatte und gar nicht drangekommen bin, sondern dass du im Grunde sagst, ich würde mir wünschen, dass ich nächstes, oder dass wir nächstes Mal das Spotlight ein bisschen gleichmäßiger verteilen, so. Dann haben auch, weil Leute auch mehr Bock haben, das zu machen, und wenn du es positiv formulierst, als wenn du einfach nur sagst, irgendwie, ihr habt mich schlecht behandelt, so, das fühlt sich einfach nicht gut an und diese Art von Kritik hört man auch einfach schlechter als irgendwie eben positive Wünsche und deswegen nehme ich halt oft die Stars and Wishes oder Sterne und Wünsche und weil es auch einfach so ein schöner Abschluss ist, es ist einfach so ein Ritual, das macht man am Ende, dann wissen alle, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt haben wir noch so mal so ein bisschen einen Ausklang und danach kann man dann auch entweder halt auflegen oder nach Hause gehen oder eben vielleicht auch einfach so noch ein bisschen Alltagsquatschen und das sind die Safety Tools, die ich immer, 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 immer verwende, völlig egal, ob ich irgendwas super flauschiges spiele oder irgendwas mit Horror, weil ich einfach denke, du weißt nie, ob nicht, also auch in einem flauschigen Spiel kann das halt sein, dass, keine Ahnung, das mit der Namensbenennung unschön ist oder ich aus Versehen über irgendwas einbringe, was halt jetzt irgendwie, dass, keine Ahnung, der exotische Trigger von irgendwem ist, also es ist ja auch, manchmal hast du ja auch einfach seltsame Trigger, die jetzt nicht so die üblichen sind, die auf der Liste stehen und dann musst du halt sagen, okay, irgendwie, keine Ahnung, können wir bitte ohne Spiegeleier, so. Ja. So, und dann, das kann dir halt eben auch in einem flauschigen, niedlichen Spiel passieren, so. Von daher denke ich, es ist immer gut, die Tools zu haben und meistens braucht man sie nicht oder nur wenig und es ist aber immer gut, genauso wie du halt, wenn du Auto fährst, dich halt anschnallst und nicht hinterher denkst, ja, habe ich doch jetzt gar nicht gebraucht, hatte doch gar keinen Unfall. Das machst du einfach, damit du geschützt bist, wenn du einen Unfall hast, so. Genau. Und so funktionieren die Safety Tools halt auch. Genau, man führt die ja ein, in der Hoffnung, sie nicht zu brauchen, aber wenn, dann. Genau, genau. Also es ist super wichtig, auch danke fürs Ausführen, weil ich glaube, das sind so Safety Tools, die man überall auch, also in alles Mögliche mit reinnehmen kann, also in jede Rollenspielrunde, aber auch in jede Spielerunde generell, oder auch abseits von Spielen kann man das ja auch, also einiges davon mitnehmen. Und ich finde das super wichtig, weil das einfach inklusiver ist, weil du halt auch Trigger damit ausmerzen kannst oder halt wegmachen kannst, was auch, ich habe auch ein paar Trigger so, wo ich weiß, ey, das würde gar nicht gehen. Deswegen ist es halt super wichtig und super inklusiv. Finde ich mega schön, dass ihr halt auch bei dir, wo du sagst, du schreibst halt in die Spiele rein und das finde ich voll schön, weil es dann immer wieder diese Erinnerung ist, okay, achtet aufeinander, ne, am Ende ist es ja dieses, wir wollen zusammen Spaß haben, wir wollen zusammen eine schöne Geschichte erzählen und deswegen, äh, ja, dass diese Tools, ja. Genau, genau. Es stellt halt auch einfach, also selbst, ich finde da, weil du kommst irgendwo rein und dann sagt dir jemand, wir haben hier Safety und Konsens-Tools, das sagt mir auch einfach, okay, den Leuten hier ist es wichtig, dass wir alle Spaß haben, so, dass es uns allen gut geht und dass wir einfach auch eine Kultur haben von Kommunikation und die anderen Leute sind mir nicht egal, so, sondern ein Rollenspiel ist ja was, wir machen das ja miteinander und nicht gegeneinander oder parallel zueinander, so, sondern es ist ja eine Sache, die wir gemeinsam machen und wie alle Sachen, die wir gemeinsam machen, funktioniert es besser, wenn wir kommunizieren, wie wir das machen wollen und was wir machen wollen und uns auch währenddessen noch abstimmen, ob es gerade noch cool ist oder ob wir was nachjustieren wollen, das ist ja nicht anders, keine Ahnung, du jetzt in der WG sitzt und Plenum machst und redest, funktioniert der Haushaltsplan noch oder keine Ahnung, in deiner Uni-Gruppe darüber sprichst, ob die Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe noch läuft oder wer welche Aufgaben übernimmt und so weiter, also es sind einfach ja normale Kommunikationsdinge, die halt formalisiert worden sind, damit man sie schnell erklären und schnell mitnehmen kann, und es eben auch so ein gemeinsames Vokabular gibt, aber wenn man jetzt eine Gruppe hat, wo man seit 15 Jahren zusammen spielt, dann kannst du, dann hast du viele dieser Dinge, machst du, ohne sie extra so zu benennen. Ja. So. Und, ähm, genau. Genau. Vielleicht noch gerade hier, den Script-Changer verstehe ich noch nicht, ganz auf soziale Leben ist der, ist der Schaden dann doch schon passiert und ansonsten, ich kenne nur D&D, fühlt es sich für mich an wie Cheaten, wenn ich was entscheide, was negative Konsequenzen hat und ich sage, okay, warte, dann habe ich das nicht gemacht, vielleicht möchtest du das nochmal erklären. Ja, klar. Also, ähm, das ist jetzt nicht dafür gedacht, dass du sagst, oh, jetzt habe ich schlecht gewürfelt, das will ich doch nicht, so. Ähm, oder dass du, äh, wenn eben die Vereinbarung ist, was ihr, also was eure Figuren entscheiden, das gilt, ähm, das ist ja auch ein Gespräch, was man vorher führen kann, ähm, dann ist das jetzt auch nicht der Punkt, wo ich Script-Change rausholen würde oder die X-Karte, ähm, weil wenn ich mich darauf einlasse, ein Spiel zu spielen, wo, wenn ich zum Beispiel schlecht würfel oder Entscheidungen treffe, die nicht ideal sind, dass ich dann, äh, mit den Konsequenzen lebe, dann, ansonsten bereche ich ja sozusagen den Vertrag, den wir haben mit den Spielregeln, ähm, aber, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich das, wie ich das gut formuliere, ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, sage, keine Ahnung, ich, ich mach das und das und dann stellt sich raus, okay, das hat eine Konsequenz, die ich selber überhaupt nicht gedacht habe, weil ich, weil es ein Missverständnis gegeben hat, dann ist das halt auch eine Stelle, wo man zum Beispiel das Missverständnis aufklären kann und sagen kann, okay, nee, also wenn ich das jetzt gecheckt hätte, was du angedeutet hast, dann hätte ich das so nicht gemacht, ist das für euch okay, wenn wir das ändern, aber im Grunde sind diese Tools jetzt nicht dafür da, dass sozusagen auf der Ebene der Figuren, ähm, zu verändern, sondern eben zu sagen, ich als spielende Person, also nicht meine Figur hat gerade Stress, sondern ich als Spielerin habe gerade Stress, so, ähm, weil du mir gerade ein Monster beschreibst, was für mich einfach jenseits des Horrors ist, der mir Spaß macht, oder, ähm, weil ich irgendwas gesagt habe und dann jetzt, wo ich es gesagt habe, denke ich, das ist eigentlich voll der diskriminierende Gedanke oder voller Stereotyp, was ich hier eigentlich gar nicht haben will und dann nutze ich das für meine eigenen Worte, so, ähm, also es geht nicht darum, dass wir sozusagen, äh, sagen, Aha, aber ich habe die X-Karte, ich, äh, du darfst mich gar nicht, äh, also du darfst mir gar keine Hitpoints abziehen oder so, ähm, dafür ist sie nicht gedacht und das ist nicht der Sinn dahinter, ähm, aber ich kann es jetzt natürlich auch immer nur in sozusagen grob für alle möglichen Spiele erklären und, ähm, um das nochmal genauer zu verstehen, gibt es halt auch, äh, äh, Texte, äh, also wenn ihr zum Beispiel X-Karte, äh, googelt, dann, ich jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob ich den Link habe, ne, ich habe ihn jetzt nicht schnell zur Hand, aber es gibt sozusagen, das auf Englisch, äh, gibt es, wenn ihr X-Karte eingebt, dann solltet ihr einen Link finden, wo das ganze Tool erklärt ist, ihr könnt zum Beispiel auch das, äh, ich schreibe das mal eben rein, wo ihr das findet, zumindest die englische Version, TTRPG, wenn ihr das eingibt, also das TTRPG Safety Toolkit, das ist eine Sammlung von allen möglichen Safety Tools, ähm, wo ihr auch die ganzen Erklärungen und die ganzen Details findet, die ich jetzt hier nicht erzählt habe. Cool. Ja, danke fürs Weitergeben auf jeden Fall. Ähm, finde ich eine super Sache, ich glaube, das, also ich, das, das kennen, glaube ich, kennen alle, die mal Pen & Paper gespielt haben, dass vielleicht auch der Meister oder die Meisterin irgendwie was erzählt hat, was dann im Kopf nicht so ganz angekommen ist, oder man hat das anders gemeint, das ist irgendwie anders angekommen, und dann hat man irgendwie gehandelt, wie man eigentlich, wenn man es richtig verstanden hätte, niemals gehandelt hätte, und ich glaube, äh, für sowas kann das ganz gut sein, dass man sagt, ja, Moment, Moment, das hätte ich aber so, das habe ich jetzt nicht verstanden, das mache ich jetzt auch doch lieber anders, ähm, finde ich auch eine sinnvolle Sache, ne, also natürlich muss man das dann absprechen, aber ich glaube, das sollte immer der Fall sein, dass man halt kommuniziert währenddessen, ne, dass man einfach darüber redet, ist das okay, wenn ich das jetzt noch anders mache, und ja, genau, genau, ja, zu großem Schnitt in das Problem. Das kannst du ja auch vor dem Spiel im Grunde, dafür gibt es ja auch eben sowas wie eine Session Zero, wo man halt so ein bisschen spricht, in welchem Tonfall wollen wir spielen, wie streng wollen wir mit den Regeln sein, machen wir sowas, dass wir sagen, ja, hey, komm, wenn wir uns falsch verstanden haben, dann können wir sowas auch nochmal rückgängig machen, ähm, und das merkst du ja auch, ob Leute das nutzen, weil sie es ernsthaft nicht verstanden haben, oder ob sie alle fünf Minuten kommen mit, haha, und dann halt so ein Min-Maxing-Power-Gaming daraus machen, dafür sind die Tools ja nicht gedacht, und wenn das Leute machen, da muss man sich halt auch eher vielleicht die Frage stellen, ist es das richtige Spiel, was wir miteinander spielen, oder ist es die richtige Konstellation an Leuten, ähm, weil da würde ich dann halt auch als Spielleitung irgendwann sagen, also, willst du eigentlich wirklich dieses Spiel spielen, oder willst du vielleicht lieber, keine Ahnung, ein Videospiel spielen, wo du dann irgendwie alle möglichen Packs und Cheats einbauen kannst, die aber jetzt nicht andere Leute nerven, so, weil du lässt dich ja auch auf das Regelwerk des Spiels ein, zumindest in den Grundzügen, und da musst du eben, wenn du es hausregelst, musst du eben auch das besprechen, dass du es hausregelst und wie du es hausregelst, weil du dich nicht darauf verlassen kannst, dass das alle schon wissen werden, so, sondern da sind wir eben wieder bei der Kommunikation. Ja, immer, immer sowieso das wichtigste, Kommunikation, unsere offene Kommunikation. Genau. Ja, also, wir sind schon recht lange am Reden, deswegen würde ich so langsam Richtung Ende gehen, aber ich wollte dich noch fragen, du hattest noch was, also, da ist ja jetzt, ist ja jetzt was neu, oder da kommt ja jetzt was neu, ne? Ja, ich habe gesagt, ich teaser noch das nächste Crowdfunding an. Es gibt noch keinen festen Termin, wann wir anfangen, aber diesen Herbst. Und was wir dann machen, ist die deutsche Übersetzung von Dream is Q und Dream Apart. Ich muss gucken, dass es im Bild ist. Ja, jetzt. Perfekt. So? Ja, perfekt. Das sind zwei Spiele in einem Band. Dream is Q dreht sich um queere Konflikte inmitten des Zusammenbruchs. Also, das heißt, das ist ein Spiel für die sehr nahe Zukunft. Und Dream Apart ist eine jüdische Städtel-Fantasy im Osteuropa des 19. Jahrhunderts. Und diese beiden Spiele, also Dream is Q ist von Avery Alder und Dream Apart ist von Benjamin Rosenbaum. Das sind die beiden Spiele, die die Designfamilie Belonging, Outside Belonging begründet haben. Wenn ihr Game, also Rollenspiel-Nerds seid, dann sagt euch das vielleicht was. Ansonsten ist es in diesem Buch dann erklärt. Oder ihr gebt es mal in die Suchmaschine eine, guckt, ob ihr was findet. Also eben sozusagen eine Systemfamilie. Und das, was die gemeinsam haben, ist, dass die beide keine Spielleitung haben, sondern dass wir alle jeweils eine Figur spielen, die nach einem, also ich sage jetzt einfach mal Playbook, das kennt ihr vielleicht aus anderen Spielen. Wir suchen uns ein Playbook aus, das ist eine bestimmte Rolle, die in dieser Gemeinschaft wichtig ist. Und dann gestalten wir die halt aus, damit daraus eine individuelle Figur wird, die wir halt spielen wollen. Und wir spielen halt außerdem ein Setting-Element. Und diese Setting-Elemente, die können halt auch am Tisch rumgegeben werden, weil wir eben keine Spielleitung haben. Muss halt jemand anders auch immer die Welt spielen und beschreiben und die Nebenfiguren. Und da ist es dann jetzt so, also zum Beispiel Dream Apart hat der wilde Wald. Also sozusagen, und wenn jetzt meine, also wenn ich den Wald habe, dann spiele ich halt den Wald, wenn jemand in den Wald geht. Und, oder eben auch alle Lebewesen, die in dem Wald sind. Und wenn ich jetzt aber, also wenn meine Figur in den Wald geht, dann gebe ich den Wald halt jemand anders zum Spielen, damit ich halt nicht am Ende am Tisch sitze und Selbstgespräche führe, sondern das ist eben dafür gedacht, dass man sozusagen immer diesen Dialog aufrecht erhält. Und weil die Welt eben allen gehört und die Figuren gehören halt einer Person. Und wie das Ganze funktioniert und ist super erklärt in diesem Buch. Es sind auch großartige Spielbeispiele drin, damit man sich das sozusagen in Aktionen angucken kann. Wir werden natürlich auch wieder Spielrunden machen, um das einfach zu zeigen, wie das, wie das läuft. Und das, was auch sehr, sehr cool ist, ist, dass eben hinten drin eine Anleitung drin ist, wie man selber seine eigenen Belonging-Alzheim-Belonging-Spiele schreiben kann. Also das ist sozusagen auch was für die Game-Design-Leute, die eben sagen, hey, das ist doch total cool, ich habe auch eine Idee. Und dann wird dir im Grunde erklärt, wie du das machen kannst, was wichtig ist und wird eben nochmal sozusagen so ein bisschen auf einer Game-Design-Ebene auseinandergenommen, damit du verstehst, mit welchen Elementen hast du es eigentlich hier zu tun? Und das ist halt wirklich, wirklich cool. Und ja, was wir eben gemeinsam haben, sind eben, es sind diese marginalisierten Gemeinschaften, die innerhalb einer größeren, dominanten Gemeinschaft existieren und da eben gemeinsam leben und überleben wollen, aber eben auch intern durchaus Konflikte und unterschiedliche Prioritäten und so weiter haben. Also es ist ein Spiel, was sich sehr auf eben die Beziehungen der Leute fokussiert und jetzt weniger auf, wir sind eine Gruppe und wir ziehen in die Welt und da machen wir Action und Abenteuer, sondern eher dieses, wir sind in diesem Ort und eventuell gehen wir halt auch mal raus, aber der Ort, wo wir sind, das ist der Kern des Spiels und das ist sozusagen unsere Homebase, die auch wichtig ist und auch eine Rolle spielt und unsere Beziehungen innerhalb unserer Gemeinschaft, also innerhalb unserer Community sind wichtig und wenn wir da Konflikte haben, wie gehen wir damit um? So. Und ich finde, sie sind beides extrem gut erklärt, sie sind wunderschön geschrieben und ich übersetze das zusammen mit Lena Richter, also Lena Richter hat insbesondere das Dream is Q übersetzt und ich habe das Dream Apart übersetzt und das Drumherum der beiden Spiele und ich freue mich da sehr, sehr, sehr drauf, dass wir das auf Deutsch rausbringen können und es hat auch einfach ganz tolle Illustrationen. Ich gucke jetzt gerade mal hier, das ist eben eins der Rollen, die man spielen kann. Oder hier. Ja, die sind richtig schön. So. Und also es ist halt, ich finde es wirklich auch super schön vom Layout und vom Erscheinungsbild und genau, es wird unser erstes Hardcover. Ich bin schon sehr aufgeregt und wir werden das Crowdfunden. Ich muss noch entscheiden, welche Plattform wir benutzen werden. Also es wird entweder Kickstarter oder Game on Tabletop. Aber wenn ihr Dot Bunny irgendwie folgt auf Social Media oder auf unseren Discord kommt oder dann bei Zeiten auf der Website guckt, da wird das dann alles stehen und auch alles verlinkt werden, sobald das entschieden ist und dann eben auch gemacht wird. Genau. Ja, kannst du mir das gerne auch schicken. Dann kann ich das ja auch noch auf dem Discord teilen oder so. Ja, genau. Genau. Ich freue mich da super, super drauf, dass wir da die Übersetzungsrechte bekommen haben, weil es einfach, ja, es sind zwei super wichtige Spiele. Es sind zwei richtig gute Spiele und Avery Alder ist einfach sowieso eine fantastische Game Designerin. Und da sind wir eben auch wieder bei dem, wo wir ganz am Anfang waren, von wegen queeres Game Design. Die ist nämlich auch eine queere Transfrau und hat eben wirklich viele einflussreiche Spiele geschrieben, also auch Monster Hearts, was schon auf Deutsch erschienen ist oder Ein ruhiges Jahr, was es auch auf Deutsch gibt. Und Benjamin Rosenbaum kennt ihr vielleicht eher, der schreibt ansonsten hauptsächlich Romane, so aus dem Fantastik-Bereich. Das lohnt sich auch, das sind schon auch, ja, und die sind wirklich super schön geschrieben, kann man auch einfach mal so lesen, so und sich Ideen holen. Also auch da sind, es gibt auch die Gender der Apokalypse, da gibt es auch, also Geschlechter der Apokalypse ist auch ein Kapitel, weil es da so ähnliche Sachen macht, wie das, was ich vorhin über Sleepaway geschrieben habe, weil Sleepaway hat es nämlich eigentlich aus Dream is Q sozusagen übernommen. Das war als zuerst da und ich habe jetzt gedacht, dass, also da sieht man eben auch, dass sozusagen so queere Game-DesignerInnen eben auch einander beeinflussen und eben Sachen auch irgendwie aufnehmen und weiterentwickeln. Und ja, also wie gesagt, was Jasmin schon schreibt im Chat, es ist kein Zufall, dass das so viele andere Spiele inspiriert hat. Ähm, die ähnliche Dinge tun oder eben, die es weiterentwickelt haben. Und ja, ich kann euch die, ich habe sie beide gespielt und ich kann sie euch beide nur als Herz legen, sind wirklich richtig gut. Und das, und natürlich mit, ihr unterstützt natürlich immer auch nicht nur das eine konkrete Spiel, wenn ihr irgendwas bei Plot Bunny kauft oder im Crowdfunding unterstützt, sondern immer auch den Verlag insgesamt und auch zukünftige Spiele und eben auch, dass ich Leute vernünftig bezahlen kann für das, was sie, was sie machen. Weil das, äh, die Honorare in der Rollenspielbranche sind leider tragisch niedrig und sie sind auch bei Plot Bunny Games immer noch nicht da, wo ich sie gerne hätte, aber sie sind immer noch über den Branchen Durchschnitt. Okay. Und das ist mir auch wichtig und, äh, wenn die Crowdfundings gut laufen, dann haben wir halt einerseits eben Sicherheit, dass wir planen können und wir können eben auch den ganzen Leuten, die beigetragen haben und Übersetzungen gemacht haben, zum Beispiel Lektorat gemacht haben, Korrektorat gemacht haben, eben einfach nochmal einen Bonus bezahlen. Und es gibt dann auch noch irgendwie, äh, Zusatzkram, wo wir gerade noch am auftüfteln sind, äh, den man irgendwie nur im Crowdfunding kriegen wird, das, äh, oder wahrscheinlich nur im Crowdfunding geben wird. Ich will nicht zu viel, ähm, festlegen, bevor es final durchkalkuliert ist. Ja. Genau. Ähm, aber ja, haltet der Ausschau nach, äh, sind wirklich super Spiele, ähm, ja, cool. Und sehr zeitgemäß. Also ich lese die wieder und denke wieder so, ja, die werden auch täglich aktueller, beide. Oh ja, das denke ich mir, ja. Das ist, ja. Gerade in der Zeit, ja, das ist ein bisschen schwierig. Ja. Aber weiß Chat auf jeden Fall, was sie zu tun haben. Äh, da werde ich auf jeden Fall auch oft drauf aufmerksam machen, weil wenn's, wenn's dann an den Start geht, äh, klingt super interessant. Ähm, das ist ja sehr, sehr cool. Wie gesagt, Viva La Cribba hatte ich ja auch gebackt damals. Ähm, genau. Und würde das auch, also gerne wieder tun. Ich finde die Art von Spielen einfach richtig, richtig schön und halt auch wirklich diesen, also ich finde, was die sehr haben, ist wirklich diese, dieser respektvolle Umgang miteinander. Und ich finde gerade, das ist ein Punkt, der deutlich gefördert werden sollte. Ähm, und gerade auch, wo du sagst, das ist halt wichtig, dass halt auch faire Bezahlungen in der Branche stattfinden, weil es ja immer noch ein Problem ist. Ich habe auch einige Freundinnen in der, zumindest AutorInnenbranche und Co. auch immer noch die Preise sehr, sehr schwierig sind, äh, und wenn wir verlegen. Und deswegen, äh, wenn ihr das unterstützen wollt und, äh, natürlich auch bessern wollt, dann könnt ihr natürlich auch Cloud Bunny unterstützen. Ja. Und... Und das Coole ist, wenn ihr international Leute kennt, die Englisch sprechen, dann könnt ihr denen im Grunde auch fast alles, äh, empfehlen, was es bei Cloud Bunny Games gibt. Weil die aller, 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 allermeisten Sachen gibt's auch auf Englisch. Also wir bringen das allermeiste zweisprachig raus. Also jetzt gut, die Übersetzung natürlich nicht, weil da gibt's das Original ja schon. Gut, klar. Ähm, aber eben Viva La Queba gibt es auf Englisch. Äh, der Hasi, wir haben meinen Dungeon gekauft, gibt es auf Englisch. Dolly, wir haben mein Traumhaus gekauft, gibt es auf Englisch. Ähm, das Albtraumschiff gibt es auf Englisch und so weiter. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was das alles ist, dann kommt auf unsere Website oder geht auf die Itch-Seite. Ähm, da sind die englischen Beschreibungen, auf der Website sind die Deutschen. Ähm, und, äh, vielleicht findet ihr ja was, was, was euren Geschmack trifft oder wo ihr Leute kennt, äh, die das interessiert. Und erzählt es super gerne weiter, weil, äh, es ist weiterhin Thema. Seit, äh, Twitter kaputt ist, äh, ist, brauchen wir, nehmen wir jede Reichweite, die wir kriegen können. Ähm, und das, was einmal am besten funktioniert, ist, wenn Leute es weitererzählen. Ja. Und eben Sachen teilen und von sich aus irgendwie irgendwas posten. Und da helft ihr uns auch eben projektunabhängig immer, wenn ihr das macht. Und da sind wir euch jedes Mal super dankbar. Also ich, wenn ich irgendwas sehe auf Social Media, ich teile das dann auch immer wieder über den Verlags-Account. Ähm, das, genau. Das geht nicht unter, äh, das, äh, genau. Mhm. Na gut. Yay, auch vielen lieben Dank. Also danke für die ganzen Einblicke. Und ich finde das so wichtig, was du tust. Ich finde das so wichtig, dass du die Einblicke irgendwie teilst. Weil, also ich finde, also auch ich konnte heute sehr, sehr viel lernen da, ähm, dazu. Und ich finde das super toll. Also ich finde es super wichtig, sowas in Rollenspiele reinzubringen, in Diversität reinzubringen und auch diese Achtsamkeit aufeinander. Ähm, ich finde das gerade heutzutage sehr wichtig, das nochmal zu fördern. Und deswegen vielen lieben Dank für die Arbeit, die, äh, die du machst. Ähm, finde ich super wichtig. Danke dafür. Ja. Ja, danke dir für die Einladung. Und danke für deine Arbeit, die du machst. Auf deinem Kanal, was ja im Grunde, äh, ähnlich, äh, ähnliche Dinge sind, aber mit, äh, mit anderen Methoden und anderen, äh, anderen Ansätzen. Also ich finde das, äh, da ergänzt, also das ist ja für mich auch so ein Ding, dass man ergänzt sich einfach auch. Und die einen machen in der Ecke was und die anderen machen in einer anderen Ecke was. Und hoffentlich wird am Ende die Welt besser. Ja. So. Ja, genau. Das ist ja, es muss an vielen Stellen was getan werden. Und das ist wichtig, dass man sich da breit aufsteht, glaube ich. Ja. Ähm. Ja. Genau. Und der Chat fragt gerade noch, äh, ob ich das auf Mastodon poste. Ja, natürlich. Also Plotbinding Games ist auf Mastodon, ist auf Blue Sky, ist auf Instagram, ist, äh, so ein bisschen im Halbschlaf auf Facebook. Und rein theoretisch haben wir auch einen Tumblr-Account, aber da ist nicht so sehr das deutschsprachige Publikum. Deswegen poste ich da meistens nur, wenn es was auf Englisch gibt. Ähm. Aber ja, es wird auf allen Kanälen rausgeballert, die ich finden kann. Und, äh, natürlich auch auf dem Discord. Also wenn ihr irgendwie unsere Spiele spielen wollt oder generell Spiele spielen wollt, seid ihr auch immer eingeladen auf den, äh, Discord. Die ganzen Links findet ihr auf der Website. Ähm. Da, äh, spielen wir immer mal wieder irgendwelche meistens erzähllastigeren Spiele. Nicht nur die aus dem Verlag, sondern eben auch andere Sachen. Und wir haben einen Rollenspiel-Lesekreis, wo wir halt, äh, hart rumnerden über, äh, Rollenspiele, die wir gelesen haben, äh, und uns darüber austauschen. Und im Moment haben wir den, äh, RPG A Day, wo wir sozusagen die, äh, jeden Tag eine Frage zum Thema Rollenspiel, äh, reinwerfen in die Community und alle die beantworten können. Und, äh, ab September ist es dann wieder die Frage der Woche. Also da gibt's auch Möglichkeiten einfach irgendwie, ähm, ähm, da zu gucken, was wir da machen und zu gucken, ob das eine Community ist, wo ihr Bock drauf habt und euch wohlfühlt. Und da seid ihr auch alle eingeladen. Und wie gesagt, Discord-Link gibt's auch auf der Website. Ach, auf der Website. Okay, super. Wollte ich gerade in den Fragen. So. Genau. Genau. Ich muss gerade nochmal gucken. Äh, also es gibt, äh, es ist auf der Startseite ganz unten. Mhm. Ist der, ist die Discord-Seite verlinkt. Ich hab es extra so ein bisschen, äh, verschachtelt, damit man, äh, damit ich weniger Trollbots, äh, auf dem Server habe. Ja, verstehe ich. Und, äh, dann, genau. Das ist auch wichtig. Da wird noch gefragt. Aber es ist mit, mit ein, zwei, drei Klicks findet ihr es auf jeden Fall. Und, äh, genau. Genau. Fritz sind wir noch nicht, aber das wollte ich mir demnächst nochmal anschauen. Aber, äh, genau. Genau. Ja, cool. Oh ja, danke für die ganzen, für die ganzen Links. Perfekt. Danke. Ach, das ist super. Äh, meine Mods sind einfach wieder krass. Ja. Ein Service. Ein Service. Genau. Ne, ey, vielen lieben Dank wirklich. Äh, ich werde im Discord auch mal beitreten jetzt danach. Ja. Ähm, freu ich mich. Ich finde das super cool auch, dass mit, dass man halt auch Spielerunden finden kann und so. Es ist halt auch, ich finde auch gerade oft das Ding, weil, also, in Real Life ja oft dann so weite Strecken sind und man dann sich dann treffen muss und so. Und zwar ist das schon echt, echt praktisch und gut zu haben, weil man da auch tolle Menschen kennenlernen kann. Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Ähm. Ja, genau. Es sind natürlich nur tolle Menschen auf dem Server. Also, ich meine nicht, dass ich die alle persönlich kenne, aber es haben alle, was ich mit den Regeln einverstanden erklärt. Und dann, äh, äh, das ist zumindest schon mal ein Hinweis dafür, dass sie nicht, nicht komplett scheiße sein können. Und, ähm, genau. Ihr dürft auch immer gerne sagen, ich würde gerne mal dieses und jenes Spiel aus dem Plot Bunny, äh, Verlag spielen. Hat jemand das anzubieten? Also, da dürfen nicht nur Leute, äh, die halt Spielleitung sind oder moderieren wollen, äh, ihre Angebote posten, sondern auch einfach Leute, die gerne mal was spielen wollen. Ja, voll schön. Und, äh, genau, im Zweifelsfall. Guckt einfach und, äh, fragt. Genau. Ja, cool. Dann, ey, vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Du hast alles schon gesagt, du hast alles perfekt gesagt. So, was soll ich, was soll ich dazu noch sagen? Ich danke dir einfach auch für deine Zeit und danke, dass du, dass du uns auch hier, äh, Einblicke gewährst. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir auch wie bei der Queer bei meinem Onstream spielen. Äh, es wird sehr cool. Ja. Wir werden das auch noch alles ankündigen und noch alles ein bisschen geplant werden, aber, äh, ja. Wird es auch. Das kriegen wir hin. Und wer weiß, weil womöglich habe ich dann schon den konkreten Crowdfunding-Termin und kann euch da mehr zu erzählen. Mhm. Und, ähm, dann kriegt ihr das auch hier mit. Sehr cool. Sehr schön. Dann vielen Dank. Äh, ich will dich jetzt nicht einfach rauswerfen. Ja, danke dir für die Einladung nochmal. Danke für den Chat und die Kommentare und Fragen. Und, genau. Ja. Oh, der Twitch-Link ist kaputt. Ich werde mir das, warte, ich notiere das. Ich werde mir das gleich angucken. Äh, was da los ist. Mhm. Weil ich bin natürlich auch die, äh, Website-Betreuerin hier. Oh Gott. Auch das ist mein Show. Genau. Dass du die Zeit gefunden hast. Aber jetzt, äh, das müssen wir nicht live machen, äh, das kann ich für mich machen. Genau. Danke für die Einladung, äh, gerne wieder. Und ich freue mich auf unsere Spielrunde, wenn wir uns dann wiedersehen. Ich will mich auch sehr. Dann noch einen schönen Tag. Und vielleicht kannst du dich heute noch was erholen. Genau. Genau. Tschüss. Tschüss. Und ciao. So. Ey, vielen lieben Dank. Das war ein richtig schönes Gespräch. Ich finde es so wichtig, auch, ähm, auf sowas zu achten, Acht zu geben in der Pen & Paper Community. Weil ich finde wirklich, das kommt oft zu kurz. Moment mal. Na, aber ich finde es super wichtig, ähm, dass man halt jetzt auch so Inhalte mehr in Spiele generell reinbringt, ne? Also sei es jetzt, sei es jetzt Videospiele, sei es jetzt Pen & Paper, weil ich finde, dass, wenn Leute halt viel sowas spielen, was einem auch Umsichtigkeit vermittelt und Inklusion vermittelt, ist es halt eine Sache, die es einfach normalisiert mit der Zeit. Und ich finde das so wichtig, ähm, und auch gerade auf Grenzen achten, weil ich das nicht so kenne aus der Pen & Paper Community. Oder, also, ne, es ist natürlich, es sind ja viele tolle Menschen, die auf einen achten, aber dieses, äh, mit reinbringen direkt, dass man diese Safety Tools hat, dass man miteinander redet, äh, dass darauf geachtet werden muss, ähm, beim Spiel finde ich super toll, äh, finde ich super wichtig. Und ich finde das mega schön, einfach weil, auch gerade zu derzeitigen Zeit, ich mir denke, wir müssen mehr aufeinander achten. Und da ist es schön, wenn man da auch so Tools beigebracht bekommt. Ne? Also, ich finde, man kann daraus auch viel mitnehmen, so, ins, ins eigene Leben. Und schön bei euch, ey, war voll schön mit dir, echt vielen, vielen lieben Dank. Ähm, also, ich glaube, man hätte auch noch acht Stunden weiterreden können, aber vielleicht kann man das nochmal aufteilen in nochmal was anderes, weil es ist super interessant und super spannend. Ähm, deswegen vielen lieben Dank dir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.